Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bowsa 100 Pro. Im Juni 2019 erschien mit FIBA das letzte Album von Bowsa. Jetzt steht mit 100 Pro das dritte Solo-Album von Bowsa an. 100 Pro beinhaltet 12 Tracks. Features kommen unter anderem von Apache 207, Bowsa und Ufo 361. Das Album kommt über Downbeat Records und erscheint als CD und auch als Box. Kinder Grey ist seit 2014 aktiv und hatte in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an EPs und Tapes veröffentlicht. Jetzt steht das Debütalbum des Wilhelmshaveners an. Der Teufel auf meiner Schulter sagt, es wird alles okay, kommt mit 17 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Label-Kollege Rin. Das Album kommt über Division und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Pre-Killer ist ein junger Rapper, welcher an Battle-Turnieren wie dem VBT und der JMC teilgenommen hat. Nach diversen Free Tracks und einer längeren Pause steht nun seine neue EP an. Tod gesagt beinhaltet 9 Tracks. Features kommen unter anderem von Oli Banjo. Die EP kommt über Element Media Crew und erscheint digital. Sugar MMFK Tribut Im März 2020 veröffentlichte Sugar sein Album Generation Beton. Oktober 2020 folgte dann noch die Blond EP. Jetzt steht das nächste Album des Bonners an. Tribut kommt mit 12 Tracks. Features kommen unter anderem von Death, G-Mag und Nu. Das Album kommt über Bantu Nation und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf. Ciao.